Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Engel, Botschafter Gottes, Jakob. Was können wir aus den biblischen Geschichten über Engel lernen und wie können uns diese ermutigen? Jakob kämpfte mit einem Engel, bis dieser ihn am Ende segnete. Wie ringen Sie mit Gott? Was auch immer Sie bekämpfen, kämpfen Sie weiter. Denn Gott möchte Ihren Kampf in einen Segen verwandeln. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.